Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Let me tell you, you're not. Only the degenerate rats of the slum admire you. The filthy dregs festering in the ghetto. But once they see you, this will change. I shall put you on international television. Look, everybody. Is this how a hero looks like? A crippled wretch of a man peeing in a tube? Everyone will see what a useless joke you are. Los, los... Dankeschön. Oh. Zieh sie am Kragen hoch. Bow your head. Don't be silly. The resistance does not bow. Mutter! Sigun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du wirst sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie hast. Ich habe es mir gesagt. Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker. Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! 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 Mach schon. Befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Du hast mein Tagebuch gelesen. Lenk mich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Los, los! Los, 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 los! Don't do it, girl! Sag zu! Ich kann nicht, Mutter. Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Mein Tagebuch mit Perversion und verräterischen Worten vollschmieren. Das kannst du! Einige davon waren sogar auf Englisch! Seite für Seite ergießt sich dein widerwärtiger Geist! Du aufgehst wie eine dicke, fette Säkuh! Verstehst du nicht, in was für eine Lage du mich bringst? Ich bin verpflichtet, das zu melden! Du hattest kein Recht, es zu lesen! Caroline Becker, leader of the Chryso Circle, the criminal mastermind. Never give up, Lasko Rich. Never give in to these people. Ich denke nicht. Ich denke... ... ... ... ... ... Gesehen! Jesus Christ! Fuck me! Übermacht den Meister! Look at this! How strange! One moment she was here and now she's gone. Were these eyes ever filled with the lover's gaze? Do you think? Skitz, skitz, skitz? John! Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten? Zwing mich nicht. Zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bringt ihn her! Also an old friend of yours? I'll kill you! Mutter! Bitte hör auf, es reicht! Aus dem Weg! Nein! Mister! Mister! Jeff! Vosko, scheeze auf! No, hier! Keep me alive! Das ist mein Tagebuch! Nicht deins! Nein! You all right, Blasco? I've been better, but I think I got the blood stock now. Give me one good reason not to blow your brains out right fucking now. Real slow, like, a little disoriented on account of the blood loss. I can help you. I can give you information. Military secrets. I can tell you how to release your U-boat. Also, the escape pods over there, I know the codes to open them. Wait, 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 wait. How do we release our U-boat? Can you open that door then? Yes. All right, Blasco. Head on in there. Locate the controller bay and release our U-boat. I'm sorry about your friend. Shut up, Blas. Fergus. Gotta respect a guy who can lose his arm and soldier on like it's nothing. A lot of things you can do with a hatchet. And a Nazi. Caroline, you copy. Hey, before you go upstairs, please watch over our people while I get this done. Like they told us back in boot camp, take out the commanders first. Commandant! Hallo! Commandant Mannheimer! Hören Sie mich! Scheiße! Das ist ... Ich muss mal nachsehen. Was ist denn? 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 Caroline... Ich bin... was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Comptroller, Baye. Hey! Make sure... Make sure... Let's do it! Grab onto something and hold onto it for your life! Get them at the side, Mr. Bombadkes! Other ship, Max! Into this, back and forth! Max! He did it! Okay, come on! We have to submerge quickly! Success, Mr. Vlascovich! Alright! You should go! You should go! Caroline... I've released the Eva's hammer, and I'm heading back to our people. I hate to ask... Will you stick around? So I can keep your wings a little longer. Let's go! Come on! Let's go! Come on, come on! Let's go! Stop it! I can't be a girl! We're ready! Let's go! Not do it! You can't do that! I can't do it! No! Ich werde das Ding wiederholfen. Der Mann ist in der Position. Ah! Was ist das, was ist das? What are you doing there? Come back! What are you doing there? Put the knife in here! Come on! Go! Now go! Get out of here! Get out of here! Get out of here! Lade nah, ich kann ihn mit dir! Ah! Da geht's! Siegren, Sie sind von der Englade. Willst du es schütze? Ja, Sir. Start schütze! Siegren, 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 wir müssen hier rauskommen. Nein! Siegren, 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 Siegren. Hey, Sie müssen gehen! Oh!